Der Account wird halt gesperrt. Oh man, ich kann, ja geil, ich kann zu den Zombies wechseln. Wie gesagt, ich habe fast alle Charakter. Tarnranger ist eigentlich auch recht nice. Ich nehme den Tarnranger. Dominik, wir sind im Team. Hi. Nein. Oh, Alter, alle sind hier, alle sind hier Soldat. Wie lustig. Nice, niggi. Oh, niggi, du hast so gut verloren. Dominik ist mit mir im Team, deswegen er gewinnt. Wovon träumst du kehrt? Jetzt ob das wäre. Ja Leute, wenn ihr mehr Plans, wenn ihr Zombies uns so sehen wollt, einfach in die Kommentare schreiben, dann werde ich das wahrscheinlich öfter springen. Was ich mir auch überlegt habe, ist natürlich ein neues Spiel mal zu holen. Was haltet ihr eigentlich davon, wenn ich mir dann später Naruto Storm 4 hole? Schreibt es nur in die Kommentare, Leute. So, meine alte ganze Gestik da. Dann wieder fein laufen lassen. Weil ich habe früher nur noch zugebracht auf meinen ganz alten Channel. Den habe ich die ganzen Videos, habe ich aber leider gelöscht. Tut mir leid, Leute. Falls jemand weiß, wie man YouTube-Videos sehen kann, die man aber eigentlich schon längst gelöscht hat. Und gar nicht mehr die Account-Daten und so hat. Ich habe Passwort vergessen. Schreibt es in die Kommentare, Leute. Ich würde gerne mal meine ganzen gelöschten Videos mal sehen. Falls ihr irgendwie eine Internetseite kennt oder so, wäre das auf jeden Fall passend. Aber ich denke, sowas gibt es nicht, oder? Ich finde keine Gegner. Weil ich habe mal, ich habe auf jeden Fall mal gehört, es gibt so Webseiten, bestimmt war das aber nur so ein Gerücht oder so. Da kann man halt so seine alten Videos anschauen, die man eigentlich schon gelöscht hat. Ich kenne, ich kenne nur eine Webseite, kannst du nur Dings anschauen. Wie viel abends du von einem Monat oder so hattest? Okay. Nur die Webseite kennen. Das ist ja lustig. Das ist lustig. Ja, wie gesagt, Leute, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr halt Naruto Storm 4 sehen wollt. Natürlich spiele ich dann auch gegen euch. Wenn ihr euch das Spielwort holt. Also bei mir ist es eine Überlegung wert, weil ich war früher übelst sehr Naruto-Fan. Habe sogar noch so eine Naruto-Leinwand hier zu Hause. Ich weiß aber gar nicht, wo die ist. Das ist halt so ein... Oh, in einer Art Poster, kann man sagen. Einfach nur so aus... Ja... Wie soll ich das beschreiben? Rolle ist das nicht. Alles klar, ich werde übelst attackiert hier gerade. Und drei, vier. Stirb! Stirb! Scheiße! Ich wurde vom Schnapper geholt. Egal, ich habe eine Abschluss-Serie von drei. Ich habe die noch geholt, oder was? Oder war das meine Stinkwolke? Egal. Früher war ich in Plans vs. Zombies richtig gut. Ich war immer erster. Immer. Wirklich. Immer. Ich habe das Spiel gesuchtet früher. Mehr als... Warte mal, ich habe gar nichts anderes gezogen. Ich hatte nur Plans vs. Zombies für die Playstation 4 früher. Ja, dann kam Minecraft und dann habe ich das kaum noch gezogen. Ich habe schon fast kein Minecraft gespielt, weil ich da keine Minecraft-Freunde. Das ist auch jetzt keine Freunde. Ja, so ist das nicht gut. Kim, wie kommt es eigentlich, dass du kommst, Zuschauer ist auf Twitch? Ist ur-traurig. Warum ist das traurig? Weil du fällst, was du nicht spielst. Einfach eine Erklärung. Richtig. Der Schnapper holt mich. Ich bin tot. Ich mache sowieso nur einfach so den Stream, damit man Facecam aufnehmen kann. Jo. So. Ja, der Schnapper hat mich geholt. Also wie gesagt, eine Frage nochmal an euch, Leute. Was ist euer eigentlich Lieblings-Anime? Ist es One Piece? Ist es Naruto? Ist es Yu-Gi-Oh? Schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Mich würde es interessieren. Also ich weiß von vielen, dass das auf jeden Fall Dragon Ball ist. Von sehr vielen. Was weiß ich von sehr vielen. Ich kenne die Leute, die suchten richtig, Alter. Sarytale suchten die. Und ich hasse eigentlich so. Oh shit. So Sarytale oder solche Sachen gucke ich gar nicht. Ja, Fairytale ist geil gewesen. Ich bin eigentlich die nicht so, der an mich guckt. So aus Dragon Ball oder so, aus Dragon Ball oder so jetzt. Auch nicht so High School in DXD oder so. Nee, ohne was ich gucke nicht. Du hast keine Ahnung, was das ist, oder? Ja, doch locker irgendwie so ein Porno oder so. Ja, sowas in der Art. Kevin, gibt's ja auch sowas wie der Nuklear? Nein. Nuklear, alles klar. Aber du kannst ja selbst so sagen. Ja, Leute, 30er Streak bei Plants with Zombies. Einfach reinschreiben, nuclear. Plants with Zombies. Oh my God. Oh my God, ich hab die Nuklear gerissen, Leute. Dann geh ich so. Ey, Digga. Ich hab Nuklear gerissen. Was? Zeig. Ja, aber musst du Video anschauen, weil das Plants with Zombies. Habe ich nur Videobeweis für. Ah, reicht doch, oder? Digga. Nein, was hat auch nie. Alles klar. Drei Leute kommen auf mich drauf. Juck den einfach nicht. Juck den nicht. Ich hab wieder neun Kills. Nice, wie gerade. Boah, ich hab die ganze Zeit, die BO3-Steuerung. Ich denke, man hat ein Messer oder so. Alles klar, Leute. Ich hoffe, es hat euch überhaupt ein bisschen gefallen, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr sehen wollt von Plants with Zombies, schreibt es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Wie gesagt, was ist euer Anime? Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Einfach mal in die Kommentare reinschreiben. Und dann würde ich einfach sagen, drei, zwei, eins, wir sind raus. Schaut auch bei Pixelpanda und Gummernick vorbei. Und ciao. Ciao.